mann lieben beim bier freunde vampire jäger sollte ich besser sagen denn wir sind ja jacht noch dracula und ich weiß nicht wir haben jetzt mal ein paar sachen gefunden aber ich wollte hier eigentlich noch mal dran kann kann ich denn da noch mal irgendwie dran dass man auf hier das ding kommt da irgendwie nicht mehr hin ich komme hier doch da komme ich noch mal hin aber ich will hier noch mal da war noch so da waren noch so schöne dinge drin und und was ist das eigentlich da zieht auf ihn irgendein bild aus ne ok kommen wir jetzt erstmal nicht hin könnte ich nicht aufmachen schön schön hier ist irgendwie nix aber hier können wir jetzt das machen gucken wir mal richtig irgendwie auf so anscheinend nicht gehen wir mal hier weiter lang vielleicht kommen wir von der anderen seite irgendwie dran ich weiß es ja nicht wie gesagt 150 jahre her dass ich das gespielt habe da war ich selbst noch beim bier und das ist halt schon ein bisschen länger gerne so kommen wir da vielleicht mal okay ich komme da nicht mehr dran ich bin hier noch irgendwo weiter ganz kurz mal kommen dann weiter kommen ah ja ok wo kommen wir jetzt hin ok da leuchtet was da leuchtet was da hinten war noch irgendwas wahrscheinlich müssen wir noch irgendwas verbinden warte mal ich will mal ganz kurz hier auf die leiter hoch und dann noch vielleicht irgendwas kommen wir nicht mehr und da hatten wir dieses ding eingesetzt hier dieses wir haben aber auch nichts mehr ne kommen wir hier vielleicht noch mal einsetzen da das bestimmt hat mit der jungen was dem dorker will der dorko werden ja letztes eine folge gelernt die heißt dorko gut dann mein vorschlag moment moment kam war da jetzt raus oder kam war da nicht raus ich bin schon ich bin schon total kürre ich ihr wisst ja solche spiele sind nichts für meine nerven und ich habe das damals mit einem kumpel gespielt weil ich alleine viel zu viel angst hatte gut kommen wir jetzt irgendwo durch und wir gehen jetzt noch einfach und wir gehen da jetzt mal rein doch ich glaube wir waren ja doch schon mal drehen oder leute ich weiß es gar nicht war das waren die 25 ich meine wende schon wieder kommen jetzt nicht rein gehen wir mal das ist das ist immer so ein spinnengewebe das hatte ich glaube ich jetzt mal schon sehr positiv erwähnt glaube ich wenn ich mich richtig die ist jetzt auf aus irgendeinem grund ist jetzt auch vielleicht haben wir da drüben was richtig gemacht die war doch eben nicht aufräumen da gibt die gibt doch zu dass sie eben nicht auf oder habe ich das eben übersehen dass dann natürlich da waren wir das schon dreimal das ist ja ganz gut okay hier geht es noch geradeaus äh äh guten tag ich äh Gutes Hohnchen, ein braves Hohnchen. So, kommen wir denn da irgendwo. Oh. Vielleicht muss da das Bild rein. Mal ganz kurz mal gucken. Ah, das sieht nach unserem Drachendingsterbums aus. Mal ganz kurz gucken. Hier, ne, guter Drachenmann. Mal passen mal auf, wie man das irgendwie. Okay, mein Drachen immer wieder schön. Jetzt, meine guten Freunde, wo ist es? Ich will das Schwert, ich will sofort das Schwert. Jetzt sind wir nicht auf jeden Fall bewaffnet. Das ist sehr gut. Dagger, wie, 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 gerade Dagger. Oh, ein Dracul. Ist da Blut an der Spitze? Jetzt kann er noch mal kommen. Aber der kann ja gar nicht mehr kommen. Der ist ja, wie ist der abgehauen? Der ist nach London. Aber da kommen wir da noch irgendwie so noch irgendwie rein. Passt mal auf, das. Oh, das passt. Wie ein Hebel sieht es aus. Guten Tag, ich bin der Dentist. Komme ich hier raus? Man könnte es wieder mitnehmen. Ich kümmere mich später darum. Okay. Okay. Alter, man muss jetzt scheiße weglegen. Äh. Ah. Okay. Können wir denn was, äh, äh. Die Hand vielleicht? Die Hand? Das war jetzt wieder mal ein totaler Zufall. Also ich klicke hier aktuell wirklich richtig gut. Das ist, wie gesagt, ich habe zwar schon mal gespielt und mein Unterbewusstsein weiß vielleicht doch noch Dinge, die ich so gar nicht weiß. Okay, das sieht aus wie das Bild, was wir hier im Inventar haben. Von der Form her zumindest. Guck, guck, guck. Gucken wir uns mal an. Ich hätte gerne das Schwert mitgenommen. Okay, dann packen wir das Bild da mal rein. Das ist, äh, Bild. Sim. Können wir das nehmen? Ah. Oh. Das ist Shakespeare und Dracula. Moment, kann ich denn hier vielleicht irgendwas machen? Bitte vielleicht? Was ist das hier für ein Zeichen? Ist das... Ist das... Ist das wieder was, 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 was Astrologisches? Also, Moment, äh, die, 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 die vielleicht... Was kann ich hier machen, Freunde? Ich kümmere mich später darum. Ich kümmere mich später darum. Moment, kann man denn da mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Drachendienst dazu vielleicht was machen? Lass mal das mal was machen, das ist... Mh... Mh... Hier so vielleicht den Drachenring drauf? Moment mal, jetzt guck mal. Okay, hier sehen wir auf jeden Fall Dracula und hier sehen wir den Typen, der ein bisschen aussieht wie, ja, so ein mittelalterlicher Fugger. Hier unten ist der, 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 der sehr aussieht wie Louis der Vierzehnte. Okay, aber aktuell... Da ist das wohl... Okay, da kamen wir zum Schwert, da können wir ansonsten irgendwas... Gut... Hm... Vielleicht sollten wir einfach nochmal zu Dorca gehen, Freundinnen, denn du Dorca... Ja, du bleibst auch schöner und steil, ne? Nicht wieder bei den Ghostbusters, denn dass du dich dann verwandelst, ne? Hm... Ich glaube, wir sollten nochmal zu Dorca gehen. Weil hier dürfte eigentlich nichts mehr sein, theoretisch, ne? Wie das nette, gemütliche Bett, ne? Hm... Wo kamen wir nochmal hier, ne? Oh, das ist... Das... Hm... Kamen wir hier wieder raus, Freundin? Ich weiß nicht, das ist... Ah, ne, hier hat das... Okay, das... Hm... Also da nicht, ne? Das ist, äh, gut. Und, äh, hier... Aha... Wo kommen wir hier rein? Okay, da kamen wir ins Zimmer, dann gehen wir hier mal rein. Hm... Wir müssen ja irgendwie wieder raus, ne? Denn... Hm... Wir müssen uns jetzt erstmal unseren Baby wieder zeigen, ne? Denn wir haben ein paar Sachen gefunden. Vielleicht weiß ich das eine oder andere noch irgendwie für uns, was wir dann da... Das ist... Gut, ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, oh Gott, das... Jetzt wird's unheimlich. Jetzt wird's gruselig. So, pass mal auf, dann gehen wir mal hier. Dann gehen wir mal, oh Gott, ist das dunkel. Ach, da kann man nicht mehr raus. Das war kackt. Wieso kann man da nicht mehr raus? Das ist doch albern. Wieso ist das Ding auf einmal zu? Und wir sitzen hier und, ne? Da kann man... Dass das Ding zu ist, das verstehe ich, aber ehrlich gesagt auch nicht, ne? Da haben wir, ne? Das war, glaube ich, irgendwas gefunden, aber wir kommen hier nicht raus. Das ist so eine schöne Tür, wir kommen hier nicht raus. Gut, dann müssen wir doch oben durchgehen. Und, ja, ne? Klickdi-Wickdi, ne? Klickdi-Wickdi, ne? Komm. Aha. Aha. Okay. Ähm. Wo fahren wir jetzt hier rein? Da kommen wir, glaube ich, wieder in unser Zimmer, zurecht, ne? Ah, ne, da kann ich raus. Wir gehen nochmal hier. Wir gucken nochmal hier. nochmal hier. Komm, 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 komm. So, dann gehen wir nochmal hier. Hier konnten wir, glaube ich, ne? Komm, wie gesagt, Orientierung, liebe Leute, ist nicht so. Ah, da kommen wir, glaube ich, wieder raus. Da müssen wir das mal machen. Da kommen wir zurück. Das ist, hab sogar ich gemerkt. Ja, okay. Wir müssen unser DOKO. DOKO-Baby sprechen. Hier, Moment, ich wollte eigentlich... Ach, ja, hier, hier, hier kam, glaube ich, raus. Kann hier raus holen. Ja, wir kamen raus. Baby, wie? Ich weiß nicht, ob da was bei ist, was du gebrauchen kannst, aber es ist, äh... Runter, runter zu DOKO, DOKO, DOKO hieß sie, glaube ich, wirklich, ne? Für mich, bleibt's mein Baby, die Leute, das wisst ihr, das ist so. So, hier, Baby, schau mal, ich, äh... Ich dachte gerade, hier regen wir ein, aber das, glaube ich, dann doch nicht, das ist, äh... Ah, Gesprächsoption. Hier, erstmal die Goldmünze. Hier, ich glaube, das ist die Drachenmedaille. Sie ist aber sehr beschädigt. Zeig her, zeig schon her. Dracula hat sich ja versucht, sie zu zerstören, doch diese Dinger können einiges aushalten. Ja, das ist... Wunderbar. Wie soll uns denn diese alte, zerkratzte Medaille im Schloss weiterhelfen? Geduld. Die Medaille ist das Symbol des Drachenmorgens. Einer mächtigen Bruderschaft. Der Mann und das Vater hat sie 1431 von Kaiser Maximilian persönlich überreicht bekommen. Sie soll übernatürliche Kräfte besitzen. Doch, um der Medaille ihr ursprüngliches Aussehen wiederzugeben, brauche ich etwas Blut. Gib mir deine Hand. Aber Vorsicht, wenn sie... Sei nicht zum Misstrauen. Schauer! Schau, sie stellt das in den Drachen gestoßene Kreuz dar. Dracula befleckte die Medaille mit seinem Blut, damit die Mächte der Finsternis triumphieren. Der Drache und der Teufel. Doch sie hat ihre göttliche Kraft nicht verloren. Jetzt bringt die Medaille an ihren Ort, damit wir die geheimen Räume des Schlosses entdecken können. Baby, wir haben schon viel Geheimnis entdeckt, aber was ist der richtige Ort? Und du bist mit... Nein, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen der Wirtin und... Dorkä... Dorko... Dorki... Baby... Das ist eine schwere Entscheidung. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, welche von euch... Welche für euch die richtige wäre. Über das Kreuzdorf, ich traue mich gar nicht. Schau mal einer an. Interessante Entdeckung. Weißt du, wozu dieses kleine Kreuz dient? Verraten Sie es mir. Kennst du das Prinzip der magischen Quadrate? Kennst du die Macht, die man ihnen zuschreibt? Im Schloss gibt es eins und es heißt, dass es die Mächte des Guten und des Bösen im Gleichgewicht hält. Wenn du das Rätsel gelöst und das Kreuz befreit hast, drehst du es in die eine oder andere Richtung und öffnest, je nachdem, den Weg in die eine oder andere will. Das heißt, dass ich die Mächte des Bösen befreien werde? Ah, die Mächte des Bösen, wie du sagst, sind seit Langem frei. Aber die Symbole, mit denen du umgehen musst, sind auch teuflisch. Das ist deine letzte Aufgabe. Wenn du sie löst, wird der Weg zur Krypto offen sein. Du musst mir aber dann sofort das Amulett bringen. Ja, wieso ist das noch da? Ich meine, das andere ist verschwunden. Ich klicke das nochmal an, wir können das ja abbrechen, zur Not. Ja, das ist da. Schau mal einer an. Interessante Entdeckung. Weißt du, wozu dieses kleine Kreuz dient? Nein, nein, aber ich konnte das immer abbrechen. Verraten Sie es mir. Mir auch. Kennst du das Prinzip der magischen Quadrate? Magische Quadrate, ja. Kennst du die Macht, die man ihnen zuschreibt? Im Schloss gibt es eins und es heißt, dass es die Mächte des Guten und des Bösen im Gleichgewicht hängt. Wenn du das Rätsel gelöst und das Kreuz befreit hast, drehst du es in die eine oder andere Richtung und öffnest, je nachdem, den Weg in die eine oder andere will. Das heißt, dass ich die Mächte des Bösen befreien werde? Ah, die Mächte des Bösen, wie du sagst, sind zeitlange frei. Aber die sind froh, der lebt... Ach, jetzt kann ich da... Entschuldigung, Freunde, dass ich... Ich brauchte nochmal ein bisschen Inspiration. Mächte des Bösen, das ist... Gut, dann gehen wir mal... Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal raus. Aber wo könnte man das Kreuz anbringen? Ich bin ehrlich... Wir gehen mal ganz kurz, weil ich weiß hier irgendwie auf diesem Höfchen, da passiert auch nochmal irgendwann was. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wann und was und wort und sowieso. Aha. Das sind doch noch ganz wahre Erinnerungen. Okay, ich komme mal wieder zurück. Das ist... Da geht es zum Baby. Wo geht es hier lang? Aha. Und dann hier geht es zum Baby. Okay. Dann gehen wir nochmal rein. Wir haben ja... Guck mal, es ist... Ja, ein Schlüssel hier. Ja, ein Schlüssel. Und diese komische Münze... Muss die vielleicht in den Kelch? Muss die Münze vielleicht in den Kelch? Wo sind meine Pfeile? Muss die Münze vielleicht in den Kelch? Meine guten Leute. Der Kecher mit dem Becher, der Fächer mit dem Becher. Und das ist alles ganz schrecklich. Vor allen Dingen, ich finde das doch auch wieder. Das war, glaube ich, in unserem Zimmer, ne? So, kommen wir hier rein? Ach, hier kommen wir da raus. Wie geht es jetzt? Mach mich kerre hier. Rein. 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 Ach ja, den Gang. Den Gang entlang. Wir müssen immer singen, wenn wir Angst haben. Und ich habe ja meistens Angst, ne? Well, well. Well, well, well. Well, well. Komm jetzt hier irgendwie rein? Wo kommen wir denn da nochmal? Ah. Okay. Vielleicht müssen wir hier was reinstecken? Ich will immer was reinstecken. Das ist schlimm, aber das geht nicht anders. Hier vielleicht, hier vielleicht. Ah, warte mal. Ein Teil sauber bleibt. Vielleicht passt das da. Passt da wohl nicht. Passt das hier? Wir sind da auch noch so Symbole, ne? Stammbaum. Aber hier? Nee, haben wir auch nichts wegen der Seite. Außer den Schlüssel. Den Schlüssel in will er ja nicht. Okay. Kann man denn da jetzt irgendwas machen? Da, 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 da. Man, die Leute, ich sage jetzt mal vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, ja, ich bin ehrlich, ich, aktuell weiß ich nicht so ganz weit, aber wir gucken mal. Wir werden das schon irgendwie lösen, das Rätsel und die ganzen Rätsel. Und das ist alles, das, ich bin froh, wir das irgendwann, das ist ganz schrecklich. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinde, Freunde. Halte dich verraten. Ciao, ciao, sagt euer Jonathan Haka für 45 und 7. Ciao, ciao.